Eine kleine Vorbemerkung. Ich habe den folgenden Text vor einigen Tagen in Englisch ursprünglich verfasst und nun in den letzten Tagen ins Deutsche übersetzt und einiges verändert und erweitert, was mir in der deutschen Begrifflichkeit passender erschien. Das Grundproblem ist natürlich, wenn man einen längeren Text vorliest, hat das von manchen eine etwas ermüdende Wirkung. Dessen bin ich mir durchaus bewusst, dass es prinzipiell attraktiver ist, frei zu sprechen. Das Grundproblem bei dieser Angelegenheit ist, dass das Thema meines Erachtens extrem komplex ist und sich für eine freie Rede nur extrem schwer eignet. Es tut mir insofern leid, wenn das vorgetragene manchem etwas dröge erscheint. Ich persönlich halte den Text, die Gedanken des Textes sind mir extrem wichtig. Ich werde in den nächsten Tagen versuchen, den Text auch hochzuladen, sodass man ihn irgendwo nachlesen kann. Ich muss erstmal noch eruieren, wo. Das Thema ist, warum Libertarier beim Thema Identität falsch liegen. Untertitel, kollektive Identität ist unvermeidlich. Wir leben scheinbar in Zeiten, in denen sich mehr und mehr Menschen den Extremen zuwenden. Sie denken in absoluten Begriffen. Und dies ist besonders wahr im Kampf zwischen den libertarischen Individualisten und den linken wie rechten Kollektivisten. Hier gibt es eine Frontlinie gegen die Angriffe der Social Justice Warrior, worin einige gerade aus der skeptischen Community in ein Übermaß des Gegenteils verfallen, welches ich weder logisch noch plausibel finde. Das generelle Infragestellen kollektiver Identität. Als Soziologe mit klassischer Bildung bin ich immer noch etwas erstaunt, wie so viele Themen, die einst exklusiv in akademischen Kreisen debattiert wurden und ausführlich nur von Sozialwissenschaftlern eruiert wurden, nun weithin im Bereich der Laien besprochen werden. Nun muss ich teilweise für die Verwirrung die Soziologen selbst verantwortlich machen. Ich bin mir im Klaren, dass der Aufstieg sowohl des kulturellen Marxismus wie auch der Postmoderne hier eine verheerende Rolle auf die Debatte um Gesellschaft bewirken. Und wir erleben nun eben den Fallout dieser Entwicklung. Es gibt seit mehr als 70 Jahren einen Streit in der Soziologie, damals entfacht zwischen der marxistischen Soziologie und der positivistischen oder sienzistischen Soziologie. Während der 1960er Jahre entwickelte die sogenannte Frankfurter Schule eine Gruppe marxistischer Soziologen die kritische Schule, woraus sich der Kulturmarxismus bildete. Diese stritten mit den positivistischen Soziologen auf sehr hohem Niveau, wie Gesellschaft zu analysieren und zu beschreiben sei. Kleine Kammeranmerkungen, die schrieben damals wirklich auf extrem hohem Niveau. Also selbst für mich als Soziologen es nachzulesen, erfordert wirklich die volle Konzentration. Positivismus, Streit der Soziologie. Dieser Streit lief über ein Jahrzehnt und endete eigentlich nicht. Man hörte nur auf, miteinander zu sprechen. Einige Protagonisten starben auch einfach. Der Streit wurde damals sehr intensiv geführt von marxistischen Soziologen und Positivisten, wobei letztere eine objektivere Soziologie forderten, quasi orientiert an der Naturwissenschaften. Reduktion auf das rein Beobachtbare im Einzelnen. Die kritischen Marxisten aufwiderten, eine solch logizistische Reduktion der Soziologie wäre nicht kritisch genug gegenüber sozialen Ungerechtigkeiten. Man würde damit den Status quo der Gesellschaft zu sehr rechtfertigen, wenn man nur beschreibe, was zu beobachten sei. Und damit diene eine solch logizistische Soziologie der Macht des Establishments. Auf der anderen Seite warfen die Positivisten den Marxisten vor, durch eine Vorauswahl ihre Resultate zu verfälschen. Wahre Sozialwissenschaft habe sich eben darauf zu beschränken, nur beobachtbare Einzelfänomene zu betrachten. Nun würde es viel zu weit führen, dieses hochkomplexe Thema im Detail wiederzugeben. Ich verbrachte Jahre damit, die Argumente beider Seiten von damals nachzulesen und zu durchdenken. Eines aber müssen wir verstehen. Der Kampf zwischen Social Justice Warriors und Skeptikern oder libertarischen Individualisten ist nur die Fortsetzung eines jahrzehntealten Kampfes, der sich nun von der akademischen auf die politische Ebene verlagert hat. Er wird heute zumeist aber von Amateuren und Autodidakten geführt. Ich betone das nicht, um zu demonstrieren, wie clever ich als Soziologe bin, sondern weil eben in vielen Debatten leider auffällt, dass Autodidakten doch Hintergrundwissen fehlt, da sie oft nur sehr selektiv studieren, was eben ihren Interessen entspricht oder was ihre Vorstellungen bestätigt. So oft sehe ich, wie viele Probleme leichter zu klären wären, wenn wir die wissenschaftlich gesicherten Fakten einsetzen und die allgemeinen Schlussfolgerungen von Psychologie und Soziologie besser heranzügen. Leider hält sich heute jeder für einen Historiker und Soziologen so, wie sich jeder für einen Psychologen hält, nur weil er eben eine Psyche hat. Aus der Distanz betrachtet haben sowohl die kritischen Marxisten wie auch die Positivisten etwas für sich. Ähnlich wie Aristoteles sehe ich die Weisheit eher in der Mitte statt in den Extremen. Beide Seiten haben ihnen etwas recht, aber sie überziehen ihre Idee ins Extrem und das betrifft auch heute die Social Justice Warrior und die Individualisten. Die kritischen Marxisten hatten mit ihrer Kritik nicht ganz Unrecht. Wenn sich die Sozialwissenschaft nur darauf bestrengt, das beobachtbare Verhalten der Einzelfälle zugrunde zu legen, dann handelt man, wie wenn man einen toten Frosch seziert, die Einzelteile betrachtet, dabei aber übersieht, dass eine Ganzheit mehr ist als die Summe seiner Teile. Es macht keinen Sinn, rein logizistisch das Verhalten oder das Gehirn von Individuen zu sezieren, da Gesellschaft, Gemeinschaft, kollektive Identitäten eben Systeme sind. Sie sind keine Eigenschaften der Individuen selbst, die in dem System sind, sondern quasi das dazwischen. Die kollektive Identität entsteht und erhält sich in einem andauernden Prozess der Kommunikation. Die gemeinsame Identität ist das System bzw. wir sind alle Teil von Systemen. Darum ist es auch sinnlos, wie es libertarische Analytiker tun, Handlungen Einzelner zu beobachten und dann zu postulieren, es gebe gar keine kollektive Identität, weil man sie im Einzelnen nicht beobachten konnte. Unsere kollektive Identität ist dabei nicht in uns, sondern in der Kommunikation. Durch die Regeln der Kommunikation des Systems wird die kollektive Identität aufrechterhalten, also in Bezug der einzelnen Zueinander, nicht dem Individuum selbst. Man hätte zum Beispiel als Mann oder als Weißer oder als Heterosexueller überhaupt keinen Begriff von seiner Identität, wenn man auf der Welt völlig alleine wäre. Ohne den anderen, mit dem man sich vergleicht oder von dem man sich abgrenzt, gibt es gar keinen Begriff des eigenen. Daran sieht man, dass Individuen aus sich selbst gar keine sozialen Eigenschaften besitzen, die Identität hergeben. Eine individuelle Identität im Sinne einer Selbsterschaffung gibt es gar nicht. Identität entwickelt sich immer als Prozess eines Systems, dessen Teil wir sind. Und jedes System hat dann eine In-Group und eine Out-Group. Der In-Group gleichen wir uns an, durch Imitation. Von der Out-Group grenzen wir uns ab. Diese Out-Group, die soziale Umwelt, ist wichtig, weil wir Identität überhaupt nur bilden, indem wir etwas in Relation mit etwas anderem setzen. Das ist in der Forschung über Identität hinreichend wissenschaftlich belegt. Es ist eine laienhafte, aber falsche Vorstellung anzunehmen, wir hätten eine von Relationen zu anderen enthobene eigene Identität, die nicht ein Prozess ist, die nicht eingebunden in Systeme ist. Der Mensch ohne Mitmenschen wäre der Mensch ohne Eigenschaften. Welche eigenen Gesetze und Dynamikensysteme haben, sieht man etwa in Phänomenen wie Massenhysterien. Menschen in Gruppen entwickeln eine ganz eigene Dynamik, die man nicht erfasst, wenn man Menschen auf das Individuum reduziert. Und daher sind etliche Theorien in der individualistischen, libertarischen Ecke über Gesellschaft schlicht und ergreifend falsch. Sie basieren auf einem falschen Menschenbild, sie ignorieren, wie Gesellschaft funktioniert und was das Naturell des Menschen ist. Die moralische Oberhand Die Macht der Social Justice Warrior kann nicht hinreichend erklärt werden, wenn wir nicht wenigstens einen Teil ihrer ursprünglichen Ideen als berechtigt ansehen. Wenn wir nicht akzeptieren, dass zumindest ein Teil ihrer Ideen die Natur des Menschen positiv anspricht. Das erklärt auch, wie hilflos die Skeptiker und Libertarier letztlich gegenüber den Linken und Social Justice Warrior immer wieder sind. Sie können sie zwar gut verspotten, zeigen auch ihre Schwächen aus, aber es folgt eben nichts. Die Skeptiker bleiben so in der Kritiker- und Spötter-Ecke, weil sie Identität und Kollektiv als Schimärenbegriff ansehen. In Wahrheit waren die Social Justice Warrior einmal echte Liberalisierungsbewegungen und sie hatten damals historisch gute Gründe für ihre Bewegung, auch wenn man sie heute nicht mehr als liberal bezeichnen kann, sondern als progressiv autoritär. Feminismus, Bürgerrechtsbewegung für Schwarze oder Schwule, all diese hatten damals gute Gründe gegen die Benachteiligung zu protestieren und einen gesellschaftlichen Wandel vor mehr freie Selbstbestimmung zu demonstrieren. Und diese historische Erinnerung ist das Kapital, mit dem sie bis heute wuchern. Wir kämpfen für den kleinen Mann, wir kämpfen für die Unterdrückten und sind daher per Definition immer die Guten. Was sie nicht verstehen ist, dass sie heute selbst große Macht angesammelt haben, dass sie selbst die Inhaber des Establishments geworden sind. Sie sind in den westlichen Gesellschaften, in Medien, Politik, Kultur und vielen Firmen Ton angeben, während die Konservativen und Libertarier heute marginalisiert sind. Mancher Linke mag dies aus schlichter Naivität nicht sehen, andere ignorieren diese Änderung der Machtstrukturen mit Absicht, um den eigenen Opferstatus zu zementieren. Die gegensätzlichen Linien lassen sich vereinfacht so beschreiben. Die Social Justice Warrior oder Progressiven sagen, kollektive Identität ist alles. Ihre individualistischen Gegner sagen, kollektive Identität ist nichts. Eine Seite sieht die Dinge komplett durch die Brille der kollektiven Identitäten, die andere leugnet die Existenz dieser Kollektive als bloße Fantasie, als etwas Irreales. Beides sind gleichermaßen falsche Perspektiven auf die menschliche Natur. Menschen sind weder total isolierte Atome, frei aller kollektiven Identität, noch sind sie bloße Insekten oder Ameisen eines Superstaats. Wir müssen dieses Denken in absoluten Ja-Nein-Schemata durchbrechen, wenn wir einen sinnvollen Fortschritt erzielen wollen. Bildung von Identität Identität bildet sich in einem fortlaufenden Prozess, der wie ein Computerprogramm immer weitergeht. Es ist kein Ding, kein Artefakt, das feststeht, auch wenn es anhaltende gleichbleibende Merkmale gibt. Das macht seine Definition extrem schwer und einer sezierenden Analyse seiner Teile kaum zugänglich. Wer daher also fragt, aus welchen einzelnen Elementen bestehe denn eine deutsche oder eine schwedische Leitkultur, der beweist nur, dass er die Frage gar nicht verstanden hat, nämlich wie sich Gemeinschaft und Identität überhaupt bilden. Sie sind eben kein toter Frosch auf dem Tablett, sie sind ein lebender Organismus, ein andauernder Prozess, der als Ganzes nicht nur mehr ist als seine Teile, sondern ein Eigenleben hat, Charakteristika, die nicht nur mit Strichlisten von Ja-Nein abzuhaken sind. Wäre dem so, wäre Gesellschaftswissenschaft nicht so kompliziert. Die Frage, was Gesellschaft ist, gehört mit zu den schwersten Fragen überhaupt, da der Mensch das komplexeste Phänomen des ganzen Kosmos ist. Dagegen sind schwarze Löcher oder Quantenmathematik leicht. Identität bildet sich immer im Wechsel zwischen dem Impuls der eigenen Innenwelt und ihrem Kontakt mit der Umwelt, der materiellen weniger als der Deutung der materiellen Welt, da ja auch die Dinge nie Dinge an sich sind, sondern immer nur durch den Kontext von uns eingeordnet werden können. Ein Wilder etwa, der noch nie ein Auto gesehen hat, hat gar keine Vorstellung davon, was das sein mag, da ihm jeder Erfahrungsbezug fehlt. Erkenntnisse sind immer in Relationen zu etwas, und so ist es auch mit Identität, sie entwickelt sich im dauernden Vergleich. Dabei ist die Umwelt der dominante Faktor, durch sie setzt sich das Innere erst in Bezug. Es ist nur sehr wenigen intellektuell erhabenen und starken Individuen vergönnt, in gewissem Maße Identität etwas freier als der Rest zu entwickeln. Das ist keine Arroganz, sondern eine extrem wichtige Einsicht. Wir, die wir uns mit Philosophie, Sozialwissenschaft, Psychologie und dem Menschsein ausführlich befassen, sind nämlich Exoten, nicht die Regel. Wir sind schon Ausnahmemenschen, weil man Ausnahme sein muss, damit der Fisch das Wasser hinterfragt. Diese Selbsteinschätzung ist ein Gebot der wissenschaftlichen Selbstkritik. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass wir als Intellektuelle, wenn ich es einmal so nenne, mit unserem starken, relativ freien Ich uns selbst gar nicht als Beispiel nehmen dürfen. Wenn wir hier von uns auf die Masse schließen, haben wir schon einen kardinalen Fehler gemacht. Beobachtung verändert den Beobachter. Ein Mensch, der professionell Gesellschaft analysiert, der wird anders, der taugt nicht mehr so fraglos zur Masse, und das ist eben nur wenigen vergönnt. In Wahrheit besteht ein Volk nie aus lauter Denkern und Philosophen, und es kann auch gar nicht so sein. Weder gibt es die Intelligenz her, noch haben die meisten, die einer 40-Stunden-Arbeit nachgehen, dafür die Muße. Die weit überwiegende Zahl von Menschen wünscht sich einen geordneten, vorherseibaren Alltag des Immergleichen, über den sie nicht ständig reflektieren müssen, sondern der so geordnet ist, dass sie zumeist ohne aktive Reflexion in jeder Situation den erwartenden Normen gerecht werden können. Der Hauptgrund, warum wir solche Filter der Realität vorschieben, ist, dass die Realität an sich ein endloser Ozean von Möglichkeit ist. Ein Chaos. Wir wären alle total überfordert, wenn wir jedes Phänomen, jede Situation, jedes Verhalten komplett aufs Neue beurteilen müssten. Das individualistische Ideal, ohne Vorurteile, ohne vorige Erfahrung, ohne gruppenbezogenes Denken und kulturelle Prägung durchs Leben zu gehen, ist nicht nur inhuman in seiner Forderung, es ist schlicht eine Absurdität. In Wahrheit bevorzugt jeder Mensch das Bekannte und Kontrollierbare gegenüber dem Unbekannten. Dem Fremden, dem Chaotischen. Es mag uns ja in der Ausnahme reizen, Risikosport zu betreiben und eine Handvoll Exoten macht vielleicht einen Beruf daraus. Ein generelles Verhalten der Masse ist dies aber nicht. So bevorzugt jeder von solchen umgeben zu sein, die denken wie er, die sich verhalten wie er, die das Gleiche mögen und das Gleiche hassen und die zu seiner Gruppe gehören. Das ist ein Naturell, der auch die Skeptiker und Debattarier nicht entkommen, die ihre Kreise genauso aussieben wie alle anderen auch. Das ist keine Frage der Bosheit, sondern schlicht der Rationalität. Die Grundlage des menschlichen Daseins ist immer die Knappheit, welche uns dazu zwingt, rational zu handeln, also ein Mehr an möglichen Optionen vorzuselektieren. Dazu gehört, dass wir anerkennen, dass Menschen nicht per se vernünftige, produktive und faire Wesen sind. Die Psychologie wie die Geschichte liefern uns Beispiele ohne Zahl, die die dunklen, destruktiven Abgründe der menschlichen Natur belegen. Der Mensch ist eben kein Vernunftwesen. Er ist nur zur Vernunft begabt. Ein Wesenskern ist vernünftiges Verhalten aber nicht. Die Vernunft ist sogar nur eine sehr dünne, zivilisierte Schicht über einem Abgrund von Trieben und nicht einmal im Wesentlichen egoistisch oder produktiv. Wir haben Lust an Dominanz, an der Zerstörung. Wir wollen uns messen, den anderen ausnutzen, um unserer rotte Horde zu beweisen, dass wir etwas taugen. Menschen rauben und vergewaltigen oft aus Gründen des Prestiges, nicht des objektiven Nutzens. Und dies richtet sich ebenso an unsere kollektive Identität. Sie ist immer da, spielt in alles hinein, was wir tun. Wenn tausend Migranten auf der Kölner Domplatte deutsche Frauen vergewaltigen, dann nicht aus Triebstau, sondern weil sie einander und den Deutschen etwas demonstrieren. Den eigenen signalisieren sie, schaut, wir haben das Potenzial, Alpha-Männer in der Horde zu sein. Und die Deutschen bekommen gezeigt, hier, ihr könnt eure Frauen nicht schützen, ihr seid Sklaven. Das ist überhaupt nur durch die Brille sozial-kollektiven Denkens erklärbar. Beharrt man hingegen auf seiner Frosch-Perspektive des Individualismus, dann sind es eben nur lauter unerklärliche Verrückte und Einzeltäter. Es hat hier politisch von liberalistischer Seite auch gar keinen Sinn, immer in den Raum zu werfen, dass die Leute die böse Identität abwarfen sollten. Darauf hören in der Regel nur die eigenen, also die Seite, deren gemeinsame Identität ohnehin schon stark beschädigt ist, während die aggressiven Kulturen, die nach Europa hereinströmen, sich von libertär-individualistischen Utopien ebenso wenig in Zweifel stürzen lassen, wie radikale Social Justice Warrior Feministen oder Kulturmarxisten. Und das ist der Punkt, wo ich es doch auch für gefährliches Gerede halte. Das Letzte, was die westliche Kultur braucht, ist noch mehr Relativismus, noch mehr Selbstzurücknahme, noch mehr zweifelnde Grübelei, die allein denen weiter Vorschub leistet, die am liebsten unsere westliche Welt in Schutt und Asche sehen würden. Nach solch einem Zusammenbruch wahrerweise im Femisozialismus oder Islamismus hätten die Individualisten dann auch keine Gelegenheit mehr für hochfliegende, verkopfte Utopien. Die negativen Effekte sozialer Identitäten werden nicht gelöst in dem Versuch, Identität zu vernichten, sondern indem man sie umgestaltet. Tatsache ist, dass Menschen als Individuum extrem schwache und verletzliche Wesen sind. Wir sind eben weder Bären noch Löwen. Und hier sehen es sowohl Sozialisten wie auch Libertarier gleich falsch. Sie haben beide das gleiche falsche Bild vom Menschen, wenn auch mit gegensätzlicher Werthaltung. Beide gehen von der falschen Sicht aus, dass das Individuum die Grundlage ist, der Ausgangspunkt am unteren Ende und das Kollektiv kommt quasi obendrauf. Vor den Sozialisten ist dies positiv besetzt. Der Mensch fing als verlorenes, schwaches Einzelwesen an und erbaut sich als geschichtliches Ziel das Kollektiv aller Menschen. Unten am Grunde der verlorene Einzelne, oben der Weltkommunismus, in dem der Einzelne aufgeht. Die Libertarier nehmen das gleiche falsche Bild, nur mit der anderen Bewertung. Am Anfang stand, ähnlich wie bei Rousseau, der Einzelne, der edle Wilde, frei und selbstbestimmt, aber nach und nach wurden Schichten kollektiven Zwangs darauf gelagert, wie etwas dem Individuum eigentlich Fremdes. Die Realität aber ist, der Mensch ist von Anfang an als ein Wesen eingebunden in Kollektive. Er hat überhaupt nicht als Einzelwesen gestartet und es ist auch signifikant, dass fast alle Beispiele von Libertariern rein aus Fiktionen von Laborexperimenten stammen, die niemals aus der Ganzheit einer Gesellschaft und niemals aus der Ganzheit einer Gesellschaft. Individualismus ist in diesem Sinne eine bloß in der Vorstellung geschaffene Idee, die sich nirgends mit einer erlebbaren Realität deckt, außer man lebt vielleicht als Robinson Crusoe allein auf einer Insel. Und selbst dieser meistert sein Leben dort eben auch nur deswegen, weil er vorher vom Kollektiv Fähigkeiten beigebracht bekam. Löschte man all seine Erinnerungen aus, so würde der Einzelne leben wie ein Tier. Er würde überhaupt nichts Menschliches mehr besitzen. Das Kollektiv ist die Grundlage, die Herkunft, das zuerst Dagewesene. Das Kollektiv ist quasi der Grund unterhalb aller Dinge. Zerfällt die Zivilisation, der Staat, die moderne Ordnung, dann fallen wir nicht in die Individualität. Wir fallen auf den Grund eines extrem autoritären Tribalismus. Individualismus ist dagegen ein enormer Luxus. Es ist der geistige, moralische und materielle Klimmzug, den wir überhaupt erst dann leisten können, wenn alle anderen kollektiven Systeme rund laufen. Wenn es keine großen Engpässe der Versorgung gibt, wenn es eine Bürokratie, eine staatliche Ordnung gibt, die das Gros der Vorgänge automatisch regelt, wenn die Technik weit genug fortgeschritten ist, um uns Freizeit und Spezialisierung zu ermöglichen. Der Individualismus ist eine Höchstleistung menschlicher Kultur, der größtmögliche Klimmzug einer Zivilisation. Sie ist das Ideal, möglichst viel an Freiheit und Eigenheit zu erlauben, und ich bin libertarisch in dem Sinne, da ich Freiheit und Individualismus als die höchsten Ziele ansehe. Sie erfordern aber eine enorme Leistung einer weitgehend reibungslos geölten Maschine von Gesellschaft. Knappheit, Not, Verlust, Konflikte setzen der individuellen Selbstverwirklichung extrem schnell Grenzen. Die Weisheit der Balance Individuelle Selbstverwirklichung ist ein Luxusgut, ein schönes, eine Vervollkommenung der Menschheit, die ich erstrebenswert und edel finde. Aber sie sind am Endpunkt, wenn alles andere geklärt ist und rund läuft. Das ganze System, das Gesellschaft heißt. Daher ist es richtig, dass das wohl vieler oder aller wichtiger ist, als das wohl weniger oder einzelner. Ohne die erbaute und in Gang gehaltene Zivilisation, die hohe Anforderung stellt, ist das Leben karg, hart, kurz und durch Zwänge primitiven Daseins extrem autoritär. Je primitiver eine Gesellschaft technisch wie organisatorisch ist, umso weniger kann sie einzelnen Freiheiten einräumen und umso mehr sind Menschen von den Sachzwängen des Überlebens beherrscht. Es ist das Bestreben aller Menschen, der In-Group gleich zu werden, der ewigen Angst des Alleinseins hart zu werden, indem wir Gemeinschaften bilden. Im Leben ist alles knapp. Güter, Fähigkeiten, unsere Lebenszeit. Diese Knappheit erzwingt Gemeinschaft und dies erschafft Hierarchien, Ideologien, Identitäten. Selbst in den kleinsten Gemeinschaften sind schon solche sozialen Mechanismen angelegt, die die moderne Zivilisation ausmachen. Zivilisation ist eben nicht wie Rousseau-Annahmen etwas dem Menschen Fremdes quasi als Komplott übergestülpt. Die Aufteilung in soziale Identitäten ist von Anfang her angelegt und schreitet mit der Zeit überall fort. Die Ideologie des libertarischen Hyperindividualismus ist ebenso eine Utopie wie sein Spiegelbild der kollektive Marxismus und beide sind als Extreme gleichermaßen inhuman und wieder die menschliche Natur. Die Tatsache, dass die linken Social Justice Warrior ihre Vorstellung von Identität zu einem absurden Extrem entwickelt haben, das ist außerhalb ihres Psychokults vor jedermann erkennbar. Das bedeutet aber nicht, es wäre nun vernünftig, einfach in allem das Gegenteil anzunehmen. Beispiel Frauen, Schwarze oder Homosexuelle haben enorme Fortschritte erzielt und die Linken müssen dies zur Kenntnis nehmen. Andererseits ist aber zu behaupten, andererseits aber wäre zu behaupten, Rassismus, Sexismus oder Schwulenfeindlichkeit wären zur Gänze verschwunden und wir lebten heute in einer perfekten Meritokratie, ist faktisch ebenso falsch. In zahllosen Auseinandersetzungen habe ich erlebt, wie radikale Feministinnen sowie manche Vertreter von Schwarzen oder GLBT-Vertretern mit einem Furor auftreten, als leben wir in einem entsetzlich oppressiven Patriarchat. Und hört man manchen von ihnen zu, dann meint man, wir lebten eher in Nazi-Deutschland als im Westen des 21. Jahrhunderts. Sie versuchen so sehr, sich in Gruppen zu isolieren und verweigern jeder anderen Gruppe die Anerkennung, ebenfalls Opfer und Ziel von Unterdrückung oder Mobbing zu sein, bis sie die Gesellschaft immer weiter spalten in einer Art Opfer-Olympiade. Sie sehen alles nur noch durch die Brille des Opferseins und setzen jeden herab, der selbst auch behauptet, etwas erlitten zu haben. Anstatt mit anderen Gemeinsamkeit zu suchen, anstatt die Basis zu vergrößern und Brücken zu bauen, wird sich isoliert und man mauert sich in kleine und kleinste Gruppen. Wahr ist aber auch, dass ein weißer heterosexueller Mann in unserer Gesellschaft im Ganzen einen besseren Stand hat als, sagen wir mal, eine schwarze lesbische Frau. Auch wenn alle Menschen potenziell Opfer werden und man sich darin verbünden sollte, sind nicht alle Gruppen gleichermaßen Opfer. Lasst mich das mit einem persönlichen Beispiel untermauern. Ich lebe als schwuler Mann in einer heteronormativen Welt und bin rein arithmetisch immer marginalisiert. So ist die normative Erwartung an mich, dass ich hetero sei und jede Klarstellung meiner tatsächlichen Sexualität ist ein Bruch des normativ Erwarteten. Das setzt einen Menschen unter psychischen Druck der dauernden Erwartungen und macht jede Interaktion potenziell prekär. Ich muss also entweder Mimikrie betreiben oder jedes Mal aufs Neue kapitulieren, wie authentisch ich in einer einzelnen Situation wieder sein kann. Ein Problem dabei ist, dass Heteros oft ignorant sind, anzuerkennen, wie stark unser Alltagsverhalten sexuell ist. Das ist auch menschlich ganz normal. Aber wenn man die Normerwartung im Bereich Sexualität nicht erfüllt, bedeutet es eben permanenten Stress. Was tun wir also? Wir bilden Gruppen. Wir tun uns mit Menschen zusammen, die aufgrund von irgendetwas die gleiche Erfahrung haben wie wir. Das mag auf Äußerlichkeiten basieren, Rasse, Geschlecht, Ethnie, sexuelle Orientierung oder aufgrund kultureller Gegebenheit. Es ist eine Form der Rationalisierung, der seelischen Erleichterung. Wir werden Teil einer Gruppe, eines sozialen Systems, in dem wir unsere Handlungen weniger bewusst reflektieren müssen, weil in der Gruppe die gleichen Spielregeln weitgehend bekannt und gut akzeptiert werden. Daher sind auch alle Gruppen vorsichtig, neue Mitglieder aufzunehmen. Egal, ob man einer Armee beitritt, einer Studentenverbindung oder einer Internetgruppe. Es gibt Aufnahmeriten, Skepsis, ob der Neue sich gut einfügt, Angst des Neuen nicht angenommen zu werden. Wir fürchten die Isolation immer, weil die Gruppe, die Gemeinschaft eben unser naturell ist, nicht das Alleinsein. Es ist eine anthropologische Erfahrung ersten Ranges. Der frühe Mensch des Jagens und Sammelns lebte in der Gemeinschaft der Höhle. Jede Andeutung einer Ablehnung, einer Ausgrenzung bedeutete Lebensgefahr und aufgrund dieser Prägung reagieren wir auf Zurückweisung auch heute intensiv und stark. Worin ich Social Justice Warriors besonders vehement widerspreche, ist die Methode. Sie wollen Gleichheit von oben herab als Maßnahme, als Zwang erschaffen. Sie wollen die Erfolgreichen niederhalten nur aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Rasse und wollen selbst solche mit minderen Fähigkeiten erheben, nur um eine Quote zu erfüllen. Sie weigern sich zu akzeptieren, dass eine lebensfähige Gesellschaft etwas Gewachsenes ist, nicht etwas Gemachtes. Damit aber legen sie die Axt ans Gemeinwesen und sie betreiben nur spiegelverkehrten Rassismus. Es gibt auch das Element des Thronfalls, der Arroganz im Auftreten, als sei man die heilige Inquisition selbst, welche vieler ins gegnerische Lager treibt, die im Kern durchaus Verständnis für manche Kritik hätten. Auf der anderen Seite ist die hyperindividualistische Gegen-Utopie der Libertaria, alle kollektive Identität über Bord zu werfen, ebenso unrealistisch. Diese totale Vernunft gegen alle menschlichen Instinkte ist ebenso sehr ein Gesinnungsterror wie der Sozialismus, der der totalen Verdinglichung des Menschen, seiner Sinnentleerung durch die Aushöhlung von Tradition und allen gewachsenen Strukturen, sind beide, die beide Sozialismus und Libertarismus herausreißen wollen, bis nur ein atomisierter Mensch bar allen Seelenlebens, aller gewachsenen Gemeinschaft übrig bliebe. Menschen tun sich immer aufgrund ähnlicher Erfahrungen zusammen, was mehr und etwas anderes ist als eine bloße temporäre Zweckgemeinschaft kapitalistischen Profites. Menschen gleicher Ethnie, gleichen Geschlechts, gleicher Herkunft oder Schicht, gleiche Religion oder Kultur finden sich immer zusammen. Nicht wegen eines egoistischen Zwecks, den man erklären müsste, sondern weil es von Anfang an Teil unserer Natur ist, sich mit Gleichen zu einem Kollektiv zu verbinden. Nicht wir müssen begründen, warum es Leitkultur gibt, denn dieses Dasein ist das Natürliche, die anderen, welche es zerbrechen wollen, sind uns schuldig, Gründe dafür anzugeben, warum sie das Selbstverständliche niederreißen wollen. Inwiefern ihre Atomisierung der Gesellschaft ein Fortschritt, ein Mehr an Wohlleben darstellen würde. Wir haben Jahrzehntausende menschlicher Kultur als Beweis unserer Plausibilität. Die ganze menschliche Geschichte, die durch gewachsene kulturelle und ethnische Identität getragen wurde. Der, der das einreißen will, muss erst sich beweisen, nicht wir das Unsere. Man sage schließlich auch nicht, dass kulturelle Identität etwas Schwaches und Dünnes sei. Wie oft habe ich gehört, in Abgrenzung zu biologischen Charakteristika sei die kulturelle Identität ja schwach. Nichts könnte ein schlimmerer Atom sein. Kulturelle Identität gehört zu den stärksten Faktoren menschlicher Geschichte überhaupt. Jeder Konflikt oder Krieg offenbart diese Wahrheit. Verletzung einer Volksgruppe gegen eine andere überdauern im kollektiven Gedächtnis oft die Jahrhunderte. Oft schlummern sie ein, zwei Generationen, scheinbar verschwunden, nur um mit unglaublicher Brutalität wieder hervorzubrechen. Der ganze Jugoslawienkrieg der 1990er ist ein Zeugnis dafür. Erinnerungen von Jahrhunderten brachen auf einmal wieder hervor, mündeten in Hass, Gewalt, Tyrannei und Mord. Kulturelle Traumata von Völkern halten lange Zeit an und sie sind sehr starke Züge der menschlichen Natur. Nichts, was wir aus der Geschichte sehen, gibt uns Anlass zu glauben, wir könnten darüber hinaus wachsen. Es mag verborgen liegen, wenn die Fleischtöpfe voll sind und eine Hochkultur ein angenehmes Leben sichert. Dann träumen manche von der Utopie des liberalistischen Individualismus, in der jeder eine Monade der Selbstverwirklichung des fairen Handels sei, allein geleitet durch edle Rationalität und berechenbare Nützlichkeit, wie es eine Ayn Rand tat. Aber in Zeiten des Komforts betrügen wir uns über die wahre Natur des Menschen, welche wesentlich grausamer und chaotischer ist, als wir wahrhaben wollen. Und weil dies so ist, werden Menschen immer Gemeinschaft suchen, mit den ihnen gleichen in der Sicherheit einer kollektiven Identität. Die Lösung liegt weder im Kindertraum des hyperindividualistischen, der totalen Selbstverwirklichung, noch im kommunistischen Kollektiv des Insektenstaats, sondern in der Beseitigung des Entweder-Oder. Nur eine realistische Sicht der menschlichen Natur, basierend auf einem Gleichgewicht zwischen den utopischen Extremen, ermöglicht uns eine sinnvolle Weiterentwicklung der Gesellschaft.